Das Universum, wenn ich ins Universum schaue und mich damit beschäftige, ist für mich eine Ressource. Ich weiss, ich bin ein winzig kleines Teilchen in diesem Universum, aber ich bin ein Teil davon. Und das ist eine ähnliche Erfahrung, wie wenn ich sagen würde, Gott stützt mich, auch wenn es schief geht. Und dass Gott Leid zulässt, ist klar. Das wissen wir. Aber dass wir aufgefangen werden, wissen wir eigentlich auch.